Liebe Zuschauer von KTV, ein Highlight für Sie im Dezember, der Talk aus Rom mit Kurt Kardinal Koch. Der Schweizer Kardinal, der auch der ökumene Minister des Vatikans ist, erläutert die Bedeutung der weltweiten Synode, die Papst Franziskus bis 2023 angesetzt hat. Wie soll die Teilnahme aller aussehen, auch derjenigen, die aus der Kirche ausgetreten sind? Und was hat es mit dem Synodalen Prozess in Deutschland auf sich? Erstausstrahlung am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember um 18 Uhr. Weitere Sendetermine 27.12. 9 Uhr und am 29. sowie am 31.12. um 20.30 Uhr. Schauen Sie rein, wir freuen uns auf Sie! Untertitelung des ZDF, 2020